Kenneth Gagnis kommt jetzt gleich drauf. Das muss er erst einmal nachmachen. Er kann sich jetzt keinen Fehler erlauben. Das ist ja unter Druck. Er schaut auch gut aus. Die haben ja gar nicht ganz viele. Aber nicht so gut wie Heiberg. Ah ja. Das wird vielleicht auch noch ein spannendes Duell. Ja, das wird sich am Sonntag entscheiden. 223,5 Meter. Um 10 Meter genau kürzer als Michael Heiberg. Jeder Platz, der jetzt zwischen den beiden liegt, der kann ganz wichtig sein. Aus der Sicht des Österreichers. Er hat spät weggesprungen da. Damit er seine Ski, die er so überkreitzt hat, am Anfang ist es auch nicht gar so optimal. Noten. Alle bei 18,5. 10,8 Windpunkte. Ja, er ist dritter. Jetzt liegt er mal einen Platz. Aber 12 Punkte hinter Michael Heiberg. Danke. Dann Präsident. Ich wünsche dir das, was ich von ´K milана hab. țiii.